hallo ist der martin von money man keys das wachs analyse für nun donnerstag den dritten 8 4 8 schuldigung 4 8 2022 und die bären müssen sich langsam ganz schön die augen zu halten da war nichts mehr mit festhalten das geführt den meisten auch nicht gefallen ich denke viele die sich jetzt hier von nachrichten treiben lassen haben so richtung gasnot und keine ahnung was wir jetzt noch taiwan und china die werden hier denke ich eher zum short gegriffen haben und das würde definitiv vom markt nicht belohnt als wir hier nachrichten seit ich unterwegs war dürfte er nicht glücklich sein über den kursanstieg aber man muss auch sagen es kann auch sein dass der chart denen dann jetzt langsam wieder in die karten spielt denn es ist donnerstag ja und ihr wisst ich bin kein hellseher ich weiß nicht wo der markt morgen steht ich weiß nicht was der markt morgen macht aber was ich ziemlich gut kann ist mit unserem dachs reden und und drüber reden was er für probleme hat und mich dann auch daran erinnern was er mir erzählt hat das heißt ich habe einfach eine art gutes gedächtnis oder handling oder feeling auch dafür wie er auf bestimmte aktionen reagiert und habe immer vor meinem geistigen augen den sage ich mal ein ablauf wie er das normalerweise denn tatsächlich auch macht manchmal gibt es mehrere versionen manchmal gibt es mehrere möglichkeiten auch und ich mache nichts anderes wie euch letztendlich vorzustellen was kann denn jetzt hier passieren oder was würde denn im typischen verlauf passieren so wie wir gesagt haben wenn 370 400 hier nicht im kaufieren unterschritten wird dass er sich dann hoch auf 6 26 50 laufen kann das ist letztendlich einfach nur wieder weil hier eine kleine plage ist und so weiter und das dann ein übliches bild für den mittwoch einfach wäre punkt so und genauso gibt es für den donnerstag eben auch übliche bilder übliche abläufe die machen kann das ist allerdings für den donnerstag ein bisschen komplexer weil die donnerstache ziemlich wüst sind ich habe jetzt sagen überlegt wie ich das erkläre ohne dass mir alle aussteigen und dann sagen alter was willst denn du hoch runter zur seite rechts links aber im endeffekt ist es eben auch das was donnerstage häufig machen und deswegen werde ich euch das jetzt trotzdem auch so noch mal erklären wie es mir jetzt verbal quasi einmal durch den geistigen kopf schon durchlaufen lassen habe und dann eigentlich zur erkenntnis gekommen bin dass ich euch das so nicht geben kann aber ich gehe es nicht anders weil das ist meine erwartungshaltung für den donnerstag und die erwartungshaltung für den donnerstag umfasst mehrere versionen einfach wir haben eine super bull variante könnte man sagen die ist sehr selten auf einem donnerstag würde aber so laufen dass unser dach einfach vielleicht sogar per aufwärts trip reinkommt gerade durch rennt und oben eine stundenkerze nach der an der bleibt dann einfach stehen ja das kann sein dass das neun uhr ist acht uhr schon ist der rott ist dann einfach so eine mega fette lange stundenkerze nach oben und bleibt dann einfach stehen der bleibt den ganzen restlichen handelstag einfach stehen läuft zur seite raus und macht am freitag weiter das ist relativ selten das haben wir auch schon ganz lange nicht mehr gesehen aber es ist ein donnerstags pattern was ich sag mal auf den aktuellen verlauf auch gut passen würde deswegen wollte ich euch kurz vorstellen oder zeig und erklären und damit wir darüber gesprochen haben das heißt wenn ihr seht dass der dachs wirklich auf der 8 uhr und auf der 9 uhr kerze volle möhre nach oben durchballert man hütet euch davor dann dazu dolle gegen zu jagen weil in der fahrung läuft er dann wirklich zur seite raus und geht dann am freitag auch noch mal einen tacken drüber ja also da wird euch einfach aufpassen so klickert der aber eher langsam nach oben und fängt dann hinten raus an gas zu geben gerade so 13 30 14 30 15 30 ballert der dann hier oben rein und drückt sich richtig hoch dann muss man aufpassen dass da nicht eine rote stundenkerze kommt und das dann auskontakt denn das ist ein eher noch typischeres bild für den dachs dass der dann richtig verdroschen wird dass der so hoch steigt dass alle plötzlich rein oh gott und allzeit hoch naja jetzt ist alles vorbei jetzt steigt er durch jetzt muss ich long rein ach komm ich habe jetzt bis 15.000 hier noch lang und dann hat es der richtig volle möhre schwarzen ruß bis nach unten durch das ist noch ein ganz typisches donnerstags bild wenn er langsam anfängt zu steigen und dann über den wir haben wir den amerikanischen handel eigentlich über den frühen amerikanischen handel richtig noch anfängt rein zu drücken so das ist die zweite variante jetzt kommt halt auch noch die dritte sollte er abwärts tendieren sollte er deutlicher abwärts tendieren und sich dann wirklich bis 15 30 durchgleiten lassen dann bildet er dort die konter chancen wenn er dort reinkommt hätte auch die möglichkeit noch mal relativ hoch rauszulaufen und auch durchaus hier so in den gap close reinzugehen 97 800 und das dann auch per tagesende zu halten das ist ein donnerstags verlauf wie man zum beispiel letzte woche donnerstag hatten der nicht ganz auf das wochenbild von dieser woche passt das allerbeste was hier tatsächlich passen würde wäre dieses langsam hoch gleiten und dann das hochdrücken im amerikanischen handel und das abschmieren tatsächlich trotzdem um das noch mal ganz klar zu sagen sind das nur typische bilder der kann alles machen was er will er muss keines dieser typischen bilder machen aber das ist eben die art und weise wie wir hier analysieren und wie wir rangehen das heißt lasst euch noch mal die drei varianten durch den kopf gehen und versucht einfach für euch zu beobachten okay geht das steil 89 okay weiß ich bin in szenario 1 machte er träge am anfang fängt zu den amerikanern anzuspucken dann muss ich da oben mit meinen longs wenn ich longs habe reagieren dann muss ich da irgendwo um amerikanischen handel dann auch ein stecker ziehen für den pfeil der bestet nach hinten raus einfach nach unten um sehe ich den nach unten abklappern und bin vielleicht short im top drinnen na dann bin ich im szenario 3 der klappert mir nach unten und fängt 15 30 plötzlich an nach oben zu spucken weiß ich okay ich sollte meine shorts ein bisschen reduzieren und könnte vielleicht noch mal auf den long drehen so würde ich das einfach umsetzen ich hoffe es hilft euch trotzdem ich weiß dann noch sagen sind einfach immer ein bisschen komplexer dadurch dass es wirklich mehrere varianten gibt aber am ende ist es dann trotzdem ein szenario ganz oft was er ganz konkret einfach so auch dann abgelaufen hat es ist ganz selten dass er wirklich komplett was anderes macht was gar nicht besprochen ist wie jetzt zum beispiel kerzen gerade volle mürre nach unten durch bis 13.000 oder sowas am ende kann immer alles machen wir sind keine hellseher keine götter wir malen den markt nicht wir malen den chart nicht ziel sollte sein idee machen set up zurecht legen und dann handeln was kommt nicht sich dafür entscheiden und sagen okay ich möchte jetzt aber lieber szenario 1 lieber szenario 2 oder lieber szenario 3 und dann macht aber das andere oder macht gar keins davon und man hat noch verlust wird die ganze zeit noch ausgeschafft das bringt dann nichts sondern ziel ist wirklich zu gucken okay bewegt es sich in meine erwartungshandeltung und wenn ja dann handle ich einfach die erwartungshaltung punkt ich hoffe ich habe das verständlich rübergebracht ich habe ein bisschen bedenkt dass mir das nicht gelungen ist der versuchen wollte es trotzdem weil wie gesagt er uns hat wirklich brisanz hat und der schöne eckpunkte jetzt an dem man hier ein bisschen arbeiten kann aber wir haben unten im bereich um 500 480 guten support 450 auch noch oben sind die 750 wichtig die 800 wichtig dass das ist schon interessante sprungbretter zwischen denen jetzt arbeiten kann so ich hoffe ihr könnt damit was an anfangen wünsche euch gutes gelingen viel erfolg und wir hören uns morgen dann wieder bis dahin tschüss